was echt blödes willkommen in meiner bescheidenen Hütte seit gegrüßt kann ich euch helfen weniger anzeigen wegen der Anzeige ja das Wüvernfleisch habt ihr drei stücke davon noch nicht keine Eile seit geht kann ich euch etwas aufbewahren das kann man entweder verkaufen oder zum Auflöcher äh willkommen in meiner bescheidenen Hütte seit gegrüßt kann ich euch reizt stimmt doch seit der Notstand gilt waren es nicht so viele noch andere interessante Konten ihr seid neugierig ein schlechter Zug ich habe auch einen schlechten Zug ich bin hartgierig dann wünsche ich euch viele reiche Kunden so sei es wie kann ich euch helfen hier hier Ja, ja. Ja, ja. Der Ritter ist weg. Ritterspawn ist nicht da. Den Schreiber ist nicht zu... Ich kann ihn nicht finden. Entweder gehen wir in den Sumpf oder wir klären das mit dem Kind. Das finden wir auch nicht gebacken. Zahnarzt! Jawohl! Ab zum Taunatz! What? Was? 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 Ja, kommst du ein bisschen spät, ne? Was? Oh, zwei sogar. Oh, zwei sogar. Was? 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 Ihr wart mir eine wunderbare Hilfe. Danke dafür. Es gibt leider keine Überreste. So. Äh, Zahnarzt. Dauert mal hin. Sitz. Wach! Was? Wach! 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 Dann tut eure Pflicht. 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 Schnell, Geralt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Schnell, Geralt, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ich muss immer warten auf dich. Hierher haben sie Alvin gebracht. Alvin, auf einmal warst du auf einmal. Ja. Ja. Ich will nicht, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will nicht, dass ihr in der Nähe seid, wenn ich mein Schwert schwinge. Ich will nicht, ich will. Schnell, ich will, ich will, ich will... Das ging auf einmal schnell. Ich bin froh, dass ihr hier seid. Alles wird gut. Sind Sie tot? Ja, Alvin. Sie ließen mir keine Wahl. Ich verstehe, Geralt. Bringt mich von hier weg. Ich habe ein Gefühl, es stellte sich heraus, dass er von den Salamanderer erfüllt wurde. Also, bringt ihn zu Shani. Sie wird wissen, was zu tun ist. Triss wird zwar wütend sein, aber darauf kann ich jetzt keine Rücksicht nehmen. Bringt ihn zu Triss. Sie ist eine Zauberin. Sie kann ihn am besten beschützen. Also, ich habe nur eine Antwort erhalten auf die Frage, wohin das Kind Alvin gehen soll. Und somit geben wir das Kind in die Hände, in die Obhut. Von Triss. Bringt ihn zu Triss. Sie ist eine Zauberin. Sie kann ihn am besten beschützen. Das wird Shani aber gar nicht erfreuen. Aber immer noch besser, als eine Zauberin zu erzürnen. Geht jetzt. In Ordnung, ich lasse den Jungen bei Triss. Ich sollte mit Triss sprechen. Mit Shani dürfte ich da wahrscheinlich gar nicht mehr sprechen. Ich werde euch töten. Ich werde euch töten. Oh, jetzt haben wir alles. Nehmen wir alles mit. Alles wo geht. Oh, jetzt geht's. Okay, somit ist das Kind Alvin, weiteres Merryold, Shani wird sauer sein, wir versuchen Shani ja als allererstes, um das hinter uns zu bringen, aber wenn wir gerade mal hier sind Steht auf, steht auf Lauft, jämmerlicher Hundling Wo ist dein Kollege, Kumpane Ich will jetzt nochmal erst ins Krankenhaus und dann zu Shani oder erst bei Shani vorbei Wir waren lange nicht mal bei Shani zu Hause und ich hoffe es passiert nicht oder es klappt beim ersten Mal eher gesagt Großmütterchen 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 Tinktur Haut vermutlich Übels rein LOL Ist alles gut, Geralt? Shani Wegen Alvin Ich weiß, Rittersporn hat es mir gesagt Warum ist der Junge immer noch bei Triss? Ich sage es euch, wenn ich mit ihr gesprochen habe Na gut, ich warte Tut, was ihr tun müsst Und das geht ja noch Das ist ja Super 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 Klasse Freut mich Ich weiß gar nicht was wir mit der Tinktur alles machen würden Roter Schal Vielleicht ist der rote Schal besser als der normale Schal Äh Äh Die brauchen wir nicht Mal gucken, vielleicht bringt der rote Schal ja was Mal gucken, vielleicht bringt der rote Schal ja was Die Welt schafft hat mich zu dem gemacht, was ich bin Hinter jener Ecke Das ist Tor zum Deich, ne? Äh Überlegen, ohne Map aufzumachen Am Krankenhaus vorbei Links Nicht hier links Andere links Toll, sind wir voll den Umweg gelaufen Lol Ok Ins Schloss kommen wir noch nicht War irgendwie klar, aber Ich habe es versucht Wenn wir wollten, könnten wir rein, aber Wir wollen ja gar nicht